Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lazaretto. Wir werden jetzt... Nein, ey, ich war so dämlich und blind. Ich habe nicht gesehen, wo ich hin muss. Ich bin dreimal dran beigerannt. Hank, komm mal. Hank? 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 Was bist du? Hank? Hey! Was bist du, du Scheißer? Da ist er nicht. Einer hat mir gleich entgegengerollt. Kommt, ich raste aus. Ah! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ah! Tschüss. Angegenlich findet er mich hier nicht. Keiner zu Hause! Hau ab! Bist du weg? Ich bin nicht mehr. Ach nee, das ist die Chlorolle. Ich fahr da drauf rein. Okay, 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 okay. Ich höre ihn wieder. Ich höre wieder. So, wir sind bestimmt gleich entgegen. Aber ich bin schneller. Äh... Nein. Jetzt einfach nur rennen. Äh... ist die Maus wieder? Die mehr größte Geräusche hier von sich gibt. Gucken, ob der Geist wieder kommt, der mich das letzte Mal so erschrocken hat. Die ich nicht gesehen habe übrigens. Ja, kommst du, kommst du, kommst du? Ja, ich laufe wieder. Merkwürdig. Ich weiß. Ah! Was denn? Eine Flasche! Ich überleg gerade, ob das das letzte Mal auch so war. Hier ist nämlich eine Tür. Die habe ich nicht gesehen. Okay. Explode, ne? Jetzt hat es mich erwartet. Ähm, okay. Nein, ein Klavier geht aber los. Du sagst es aus dem Klavier. Und hier kommt eine Melodie. Mit Klavier. Hört auf damit. Also, ich denke, es war ein Lazarett. Hier. Wir haben irgendwie die, ähm... Leute benutzt, wollte ich sagen. Die... Hier sind jetzt mal ganz böse Missgebildeten. Nein, da redet jemand. Jetzt weint schon wer jemand. Da, äh, auf dem... ... der Steiger wurde. Ha, ha, du kommst ja nicht. Wer uns das immer gehört hat jetzt. Da weint jemand. Willen. Hätt getan. Ah, okay. Ja, ah, 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 ah. Ich hab... ... nicht damit gerechnet. Oh! Was ist das? Das Teekesselchen fing an. Okay. Echt? Ein Augenblick. Geh weg! Danke. Avira schon wieder. Deswegen hab ich das vielleicht auch so. Das ist immer so. Weil ich nie auf Avira warte. Kannst du mir mal sagen, ob man jetzt meine Nase läuft? Ja, eindeutig. Gibst du mir bitte? Das wäre nett. Gefangen! Schleichwerbung! Yes! Schön, wie ihr euch beim Naseputzen beobachtet. Nach 5 Minuten in die Folge rein. So, Heulsuse, wo bist du? Ich hätte übrigens aufgehört. Oh! Heulsuse! Ich wollte meine Fahrrad nochmal aufdrehen. Irgendwie... Ah! Ich weiß es nicht. Dieses Christ, das könnte ich auch sagen. Gut, dass ich das kaum kenne. Aber sie ist weg. Hoffe ich doch. Hoffe es. Ich muss gucken, wo du rauskommst. Kommt sie eh nicht mehr rein. Die Tür ist auch offen. Weil jetzt ist sie nur von A nach B gegangen. Und ich soll ihr folgen. Ja, da ist eine Treppe. Nein, das ist DIE Treppe. DIE Treppe! Ach DIE Treppe! Oh nein! Oho! Ich habe Bilder gesehen. Ja. Wie gesagt, das ist die Treppe. Vielleicht ist sie deswegen da rausgekommen. Ey, Brink! Jo! Wieder schlechtes Englisch! Nein, eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Oh, Jo! Oh, Jo! Was sollen wir zuerst lesen? Das erste Mal in dem Spiel, dass ich schreie! Sie haben! Sie kam mir zuvor! Ich habe geschrien, weil sie geschrien hat! Das ist in irgendeinem Film! Ich habe geschrien, weil sie geschrien hat! Das ist in irgendeinem Film! Ja, genau! Ich habe nur geschrien, weil sie geschrien hat! Ja! Habe ich jetzt echt! Oh! Habe ich mich erschrocken! Und ganz lange, sie haben Post! Und in dem Moment schrien sie! Ich liebe Horrorspieler! Nur im Moment kann ich einfach keinen Horrorspieler spielen, wegen sowas! Oh! Wenn Mom sich später jetzt, äh, später noch wegen meinem schlechten Puls beschwert, dann habe ich jetzt einen Grund, warum! Vorhin hat sie sich beschwert! Oh, der Puls ist viel zu hoch! Ich war bei 128! Und ich saß! Wir hatten gerade gefrühstückt! Na gut! Ich bin die Treppe hoch und runter gerannt, weil sie Probleme mit dem Drucker hatten! Daher kann es kommen wieder! Oh! Gott im Himmel! Also! Weiter geht's! Nice! Wenn irgendjemand nach einer alternativen Szene sucht, werde ich Szene! Entschuldigung, Széance! Es gibt keine Übersetzung für Széance! Wenn jemand nach einer alternativen Széance sucht, werde ich, ähm, in meinem Raum vollführen! Macht das Sinn? Liebe Mary! Oh, da ist Mary wieder! Warte, wer war Mary? War das die Krankenschwester? Über die gesprochen wurde? Ich glaube auch! Ist das Mary, die wir gerade erschrocken haben? Ah! 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 Entschuldigung! Mary, nicht nochmal! Ich sagte nicht nochmal! Trag dich ein für, äh, freitags spirituelle Széance! Gerti, ja! June, nein! Betz, ja! Rita, ja! Rose, nein! Mary, nein, nein, nein! Bea, ja! Eggie, nein! Was denn? Ja! Mary hat das veranlasst und sagt selbst nein! Das verstehe ich gerade nicht! Die hat das selbst veranlasst, die Széance? Die hat das selbst veranlasst, die Széance? Sagt aber selbst nein! Aber sie... Ich bin so... Ab vorher! Aber das ging nur um Széance! Széance ist immer mehr ergeistert! Ja, das weiß ich schon! Ja, das ist jetzt eine spirituelle! Ja, okay! So, vier Ja's haben wir! Sie kriegen ein Ja! Sie dürfen in der nächsten Runde weitermachen! Entschuldigung! Ich gucke zu viel Jamies Next-Tor-Radio zu zeigen! Das kürzt mich auch an! Genau! Das ist auch so gut! Oh! Ein Bild! Ah! Ein Bild! Das sieht ja vielversprechend aus! Und... Ich will nichts sagen, aber die Frau hat einen Bart! Die hat eine Oma und hat einen Bart! Und die Kinder sehen aus wie... Gibt's dein Hund? Nein, ich sehe nicht die Kinder aus wie die Frau! Ja! Aber die Kinder... Ich will's nicht sagen! Aber früher war das üblich, es so zu sagen! Darf ich das sagen? Negakinder! Ja! Andere sagen auch... Aber so sehen die aus! Und da ich ein Buch aus dem Jahr 1931 im Moment lese... Wo das einfach so unverholt... Unverhinkt? Wie heißt das? So genannt wird... Ich mach mal eben die Türen zu, bevor ich hochgehe! Ja, das ist... Ja, das ist wahr! Ich frage eindeutig den falschen Legastheniker! Und der zweite Legastheniker sitzt neben dir! Gucken Sie nicht nach links! Guck da an, ihr seht! Fuck! Ich dachte, es wäre der Hund! Aber der Hund steht nicht an der Tür! Nein, der ist nicht so voll! Der... Ich geh die Treppe hoch! Ich geh die Treppe hoch! Das hängt doch nicht an seiner Hund! Das macht der Hund auch! Reicht man eigentlich? Ja, um 5 vor! Ich... Ich hab noch 8 Minuten! Okay, es ist kein Treppengeländer! Ach nein! Es geht noch höher! Nein! Da ist noch ne Tür! Kann ich eine davon erst zumachen, bitte? Kann ich denn hier weiter... Kann man nicht zumachen! Verdammt! Wieder so ne böse... Rechts oder links! Rechts oder links! Rechts oder links! Links okay! Wir gehen zu Gerd Rude! Da ist ja noch ne Tür! Genau unter der Treppe! Über der Treppe! Aber da stehen keine Namen! Ja! Ich hab Angst vor dem Fenster! Auch wenn's zerbrochen ist, aber... Ah! Ich vergesse immer, dass die Türen das machen! Das machen die! Vergess es jedes Mal! Da will ich dich nicht im Zimmer haben! Da will mich wirklich nicht im Zimmer haben! Ah! Ah! Okay! Ich nehm mal die andere Tür! Nein! Boah! Dieser Teppich! Ja, ich auch! Habe ich schon gesagt, dass ich Angst habe? Okay! Du weißt es nicht! Ich werde den Raum ganz zum Schluss erkunden! Hast ihr jetzt davon! So, Gerd Rude! Wir leben ja wie die Nonnen hier! Ja, das ist wohl was! Warn auf! Getty! Warn auf! Ich entschuldige mich für das schlechte Benehmen in der letzten Nacht! Ich habe mich schlecht behandelt! Der Leviathanische Vorfall war amüsant und sehr Exhilarating! Großartig! Keine Ahnung! Healers, weißt du! Aber ich habe Probleme damit zu verstehen, was wirklich passiert ist während der Trance! Ich denke, ich sollte die nächste Seance auslassen, bis ich meine Nerven zurück habe! Na toll! Wer hat's anlasst? Du warst es! Alte Taste! Boah, sie benutzt ja einen falschen Namen, aber warum sollten sie das machen? Erzähl die mir gleich in der Pause, ja? Es sind nur noch 5 Minuten und ich werde das Zimmer, was mich nicht durchlassen wollte, doch erst erkunden, weil ich gerade eine Stimme von links gehört habe! Ich hörte sie aber von links! Ich hörte sie aber von links! Deswegen gehe ich erst rechts! So! Macht Sinn, oder? Macht Sinn, oder? Ich bin ein Schisser zur Zeit! Da ist nur auf alles. Ist das auch verruflich der Rest? Ha? Dann haben sie paranormale Zionisten? Schlechte Idee! Schlechte Idee! Schlechte Idee! schlechte idee bitte biebe auf biebe kapitel 7 ich warte einfach bis die stimmen fertig sind ja ich glaube wir halten abmissionsab ich verstehe kein wort lauter machen weiter ganz toll ich spreche weiter pausenbildschirm tonus habe ich verstanden aber ich verstehe kein wort weil es wahrscheinlich latein ist ich schätze ganz stark das ist latein nein das ist ein buch jetzt nicht im weg jetzt könnt ihr eure seance weiter abhalten ja es sind zwei türen nicht eine nein in der war ich schon das ist von der trude nein ja das ist mary ich höre wie eine stimme von links hayley war die oberkranken schwester alles fit krieg ich den bäcker ja ich habe so angst vor mary hier ist nichts verdammt ich muss jetzt zu mary das ist wahr vielleicht haben sie dort das jungs abgehalten vielleicht sollte ich erst den anderen flur mir angucken aber wo dann na gut da war doch das eine zimmer wo ich gerade die stimmen gehört habe nach was ich anhörte wie das jungs ja ich denke den weil da gerade stimmen zu hören warum das ist wahr man denke an den midnight man nie zuhause nachmachen okay ist zu er muss ja warten bis sie aufgehört hat zu reden was jetzt der fall ist aber ich will trotzdem nicht mary ja ich sollte jetzt beenden okay dann bis zum nächsten mal auf wiedersehen das war die falsche tachte ja ja